So, Kundenauftrag erledigt. Das ist das Coole bei der Siemens. Man kann auch schon in der Lehre selbstständig zu Kunden gehen. Übrigens, ich bin Tim im dritten Lehrjahr als Automatiker bei der Siemens. Heute nehme ich euch mit in meinen Alltag. Nimm dir, was du willst, bevor dir das Leben nimmt, wer du bist. Ein Lieblingslied habe ich keines. Ich lasse von A bis Z ziemlich alles. Am meisten bin ich unterwegs auf Snapchat. In meiner Freizeit spiele ich aktiv Handball und gehe gerne mit Kollegen raus. Im Winter fahre ich sehr gerne Ski und Snowboard. In meiner Freizeit und im Berufsleben ist die Teamfähigkeit sehr wichtig. In beiden Teams muss man viel kommunizieren und sich verständigen können. Für den Berufautomatiker habe ich mich entschieden, weil es sehr unterschiedlich und vielfältig ist. Es gibt sehr viele Teilberichte wie die Steuerungstechnik. Dort zeichnet man zum Beispiel eine Steuerung für Drahten oder auch ein Schema dazu. Bei Programmieren schreiben wir beispielsweise einen Code für eine Maschine. In der Mechanik baut man eine Frontplatte. Dort muss es aber sehr genau sein. Im ersten Lehrjahr bist du im Basislehrjahr in Zürich. Dort bist du mit all deinen Mitstiften aus der ganzen Schweiz. In dem ersten Jahr lernst du jedes Teilgebiet kennen. Siemens als Ausbildungsbetrieb würde ich weiterempfehlen, dass es ein Weltkonzern ist, mit immer der neuesten Technik. Bei Fragen oder Problemen kann ich immer zum Berufsbildner oder zu Teamkollegen gehen. Findest du Automatik auch so cool wie ich? Dann bewirb dich doch noch heute bei Siemens. Wir freuen uns auf dich. Wir freuen uns auf dich.